Und Russland hat heute laut ukrainischen Angaben den Hafen von Odessa mit Raketen angegriffen. Dabei hatte Russland erst gestern in einem Abkommen über Getreidelieferungen versprochen, die Schiffe über einen Seekorridor fahren zu lassen und helfen, nicht zu beschießen. Aber zwei Raketen sollen nun heute die Infrastruktur des Hafens getroffen haben. Zwei weitere seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Damit habe Russlands Präsident Putin der UNO und der Türkei ins Gesicht gespuckt. Zitat heißt es aus der Ukraine. Gestern hatten die Ukraine und Russland eben dieses Abkommen in Istanbul über die Ausfuhr der rund 20 Millionen Tonnen Getreide unterzeichnet. Beteiligte Schiffe und Häfen dürften demnach nicht angegriffen werden. Beteiligte Schiffe und Häfen